Wunderbar und guten Abend zu meinem Bier. Ich gebe noch Teriyaki mit dem Port oder jetzt das ganz Neue, das Originale mit dem bisschen mehr Fett. Ich kann es viel Grütze bauen und habe Probleme mit meinen Räten. Ich probiere einen Pimaltat mit mir fest. Der Raufmarten, der Räumtelwarte. Das ist jetzt nicht so dick, dass ich dann bitte tunne. Schmeckt gut, Bier ist weg und Brot mit dem Ziegelbühre. Das Neue, das Originale ist jetzt fast dicker 1%, aber jetzt ist das Ort, Bier ist weg. Hoffentlich hat euch mein Video gefallen. In der Fall bitte ein neues Video. Bitte kommentieren, liken und abonnieren. Bitte.